Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3327 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gebuchhalter genießt unser volles Vertrauen und unsere volle Unterstützung. Der Buchhalter genießt unser volles Vertrauen und unsere volle Unterstützung. Wir sind beide krank und müssen die nächsten Tage zu Hause bleiben. Wir sind beide krank und müssen die nächsten Tage zu Hause bleiben. Wir sind beide krank und müssen die nächsten Tage zu Hause bleiben. Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ich muss mir die Unterlagen erst mal gut anschauen. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ich muss mir die Unterlagen erst mal gut anschauen. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ich muss mir die Unterlagen erst mal gut anschauen. Ich bin gut ausgeruht und bereit für den heutigen Tag. Ich sitze hier seit Stunden. Gleich ist der Akku leer. Mein Vater hat mal wieder vergessen, mich von der Schule abzuholen. Ballett erfordert Hingabe und viele Übungsstunden, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Ballett erfordert Hingabe und viele Übungsstunden, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Können Sie Ihre Frau nicht überreden, ins Krankenhaus zu gehen? Können Sie Ihre Frau nicht überreden, ins Krankenhaus zu gehen? Das ist sehr wichtig. Können Sie Ihre Frau nicht überreden, ins Krankenhaus zu gehen? Das ist sehr wichtig. Ich habe alle diese Bücher gelesen. Ich mache Platz für neue Bücher in meinem Bücherregal. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Renovierung darf nicht länger als drei Monate dauern. Dann startet unser nächstes Projekt. Schau dir diese Zahlen an. Schau dir diese Zahlen an. Ich beaufsichtige das Lernen meines Sohnes und gebe ihm Hilfestellungen, wenn er sie braucht. Die neuen Schuhe drücken ein bisschen. Die neuen Schuhe drücken ein bisschen. Vielleicht hätte ich sie größer kaufen sollen. Die Frau hat eine farbenprächtige Schlange um ihren Hals. Die Frau hat eine farbenprächtige Schlange um ihren Hals. Hier finde ich Ruhe und kann am besten über die Situation nachdenken. Hier finde ich Ruhe und kann am besten über die Situation nachdenken. Wir posten gemeinsam in sozialen Netzwerken und amüsieren uns über die Antworten, die wir erhalten. Wir posten gemeinsam in sozialen Netzwerken und amüsieren uns über die Antworten, die wir erhalten. Ich habe es jetzt dreimal erklärt und er hat es immer noch nicht verstanden. Das muss gefeiert werden. Die Anwendung funktioniert. Ich habe sie selbst programmiert. Bevor Melanie ins Wasser springt, muss sie sich konzentrieren, um ihr Bestes zu machen. Bevor Melanie ins Wasser springt, muss sie sich konzentrieren, um ihr Bestes zu geben. Jetzt weiß ich, wie es geht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Jetzt weiß ich, wie es geht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Erwachsene bestehen zu etwa 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Erwachsene bestehen zu etwa 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Der Körper eines Babys enthält sogar 70 bis über 80 Prozent Wasser. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Erwachsene bestehen. Erwachsene bestehen. Erwachsene bestehen. Erwachsene bestehen. Aber erosene bestehen.